Moin Leute, Trimax hier. Es geht weiter mit Fortnite, Random Duos, Heroes und Squads. Wir sind heute wieder auf der Suche nach irgendwelchen Gestalten da draußen. Super lustig, super weird, super sympathisch, super nervig. Keine Ahnung, wir lassen uns überraschen. Wer läuft uns heute über den Weg? Wir schauen es nach. Wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, den Kanal gerne abonnieren. Da gibt es noch die geilsten Highlights. Und komplett kostenlos zum Itemshop den Credit Code Trimax annehmen. Kostet euch keinen Cent, hält 14 Tage. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Highlights. Hallo. Hallo. Moin. Ist es Trimax? Ja. Hallo, können hier alle reden? Ach, scheiße. Hallo. Moin. Moin. Wie geht's dir, Max? Sehr gut. Selbst? Auch gut. So, aber der Sieg ist mir her. Mhm. Hab einen. Noch einen. Auf Hilfe. Hm, weiß ich noch nicht. Nee, sieht gut aus. Wie gut seid ihr von 1 bis 10? Stabile 6. Denkst du eine 4? Eine 4, cool. Schätzt du dich an? Ich würde sagen, ich bin eine 5. Aber du hast dich echt verbessert, muss man sagen. Danke. Wenn ihr Hilfe braucht, sagt ihr Bescheid, ne? 2 direkt. Hat jemand noch Green hier? Ja, wir finden noch was. Verbände habe ich, aber ich brauche den Medi. Oh, wenn man die Eismenschen schlägt, kriegt man Füße? Ist ja gut zu wissen. Ich kann's grad auch nicht so ganz glauben. Ach, der scheiß Baum. Ach, der scheiß Baum. Ja. Neunziger Snipe ist drin. Noch ein neunziger Snipe. Sauber. Hab ihn gefinisht. Wir dürfen den nicht reviven lassen. Jungs, Zone. Sollen wir einfach auf die scheißen? Ja, lass da unten, oder? Einfach weg. Nein, lass sie finischen. Nein, 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 nein. Ne, 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 ne. Okay, okay, dann in die Zone. Ich bin safe, ich bin deep, ich bin safe. Dann hol ich mir den Mini rein. Sie sind aber hinter uns. Eben waren sie schwach, jetzt heilen sie sich wieder voll. Einfach Abgang, einfach Abgang, Sliden. Rein in den Fluss, komm. Sliden und in den Fluss. Spiderman, drei Spiderman sind das. Ach, vor uns, oh nein. Vor uns auch noch. Ey, wie ich das Item hasse, ne? Schwimmen, schwimmen, scheiß drauf. Wir schwimmen weiter. Wir töten mich. Ich bin tot. Komm, 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 komm. Ich bin tot. Er ist unter mir. Nein, nein, nein. Ey, komm zurück, komm zurück. Hit, hit, hit. Sauber. Einfach Trialsbeschütze. Ich brauche, ich brauche Feuerschutz. Ja, ich bin dabei. Ich hau mir Minis rein. Du wirst du, wirst du. Ja, der ist One-Shot. Da kommt noch einer von der Seite. Pass auf. Body-Gas. Alter. Abgang, jetzt komm. Ich schwimmen. Bei mir ist einer. Ich bin im 1-1. Ich hab noch einen. Sauber. Ich finish die. Das ist so der Sieg. Alter, ich fass es nicht. Heil. Heil. Ach, scheiße. Komm auf Land. Scheiße stehen, scheiß stehen. Sollen wir mit Händen spielen, oder? Doch, oder? Guck mal, jeder kann sich die Hände mitnehmen. Da soll der Sniper wegfallen. Hat jemand noch... Ja, da. Medipack. Geil. Soll ich einen Sniper mitnehmen? Hi! Oh mein Gott. Wie kann man denn so nervig sein? Da kommt ein Spider-Man an. Nee, doch nicht. Okay. Obwohl. Kann jemand das Medipack nehmen? Ja, ja. Boah. Was will der denn? Ist ein bisschen doof, ne? 40 Sekunden. Lass mal auf, wir müssen in die Sonne kommen. Ja, ja. Im alle Spider-Man-Items, ja? Hier in diesem Stehgebiet sind wahnsinnig viele Kisten. Da müssen wir noch ein bisschen was mitnehmen kurz. Äh, ich hab Minis für dich. Ja, da will ich noch einen nehmen. Super. Einen brauch ich. Der andere kann wieder mit. Ich wurde gesniped! Hecker, hecker, hecker. Headshot sniped. 180er Headshot. Sauber. Sauber. Pieken ist noch, pieken ist noch, pieken ist noch. Der ist One-Shot. Den müssen wir pieken. Jetzt gar kein Bock gerade. Hit. Auf, einfach auf. Ey, hat jemand, hat jemand Ammo? Äh, Ammo. Für die MK. Headshot. Ja. Ja, das ist One-Shot. Hit. Hit, hab ihn. Nice. Jawoll. Weiter, weiter. Finish sniped. Max, hier? Ja, ja. Wieder sehr gut, brauch ich. Die snipen schon wieder. Ich bin so kacke mit dem Spider-Man-Item. Ey, da ist noch ein Ding. Gieß noch andere. Gieß noch jemand anderes. Was ist das da unten? Sprenkler. Ah, perfekt. Ja, komm 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 komm. Drauter, drauter. Da oben ist einer. Komm her, Max, komm her. Komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her. Alter, Lagerfeuer und Shield-Dings. Wie geil. Ist das nicht voll krass? Schön defensiv. Alright. Wollen wir hinten raus? Ja, hinten raus. Ja. Hinten raus und übern Berg. Ich hab vier Kills. Wir haben insgesamt nur sechs. Geil. Ja. Ey, da hinten, dicker Fall. Das Abstauben. Wir müssen definitiv spielen. Ja, stimmt auch wieder. Aber ich will geilen Loadout haben. Ich hab auch keine Amos. Oh, Headshot. Wichtig. Wichtig. Hauber. Und noch ein 90er. Ach, ey, nicht die hinter uns vergessen. Die hinter uns. Die hinter uns. Er ist gefinished. Ja, stimmt. Wir müssen... Aber guck mal, einer ist finished. Wollen wir mal hingucken da? Da gibt's Turbo-Loot. Ey, wie viele Leute schauen grad zu? 25.000. Scheiße, Junge. Bedeckt halten und weitermachen. Richtig. Hier, ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ah, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Hier unten. Wie unten, direkt hier unten. Ja, dead white life. Ey, hinter euch, pass auf. Spider-Man. Ich hab einen gekillt. Hab einen runtergeschossen. 15 Fallschaden. Der ist white. 15 white damage. Über uns ist ein violetter Vogel. Handle, vor uns. Ah. Hey, hier sind dann Zoom. Damhaus. Damhaus. Irgendwie weg. Das ist deine Sohn. Lass mal da rüber. Ich geh vor uns. Hit. Dicker Hit. Hab ihn, hab ihn. Sauber. Bin ich, bin ich, bin ich. Ja, wir werden weiteren noch. Und das noch einer, das noch einer, das noch einer. Bauer, 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 bauer. Auf der. Ey, haut ab. Ah. Das fern die Sohn. Kein Hit getroffen. Oh, Schild weg. Oh mein Gott, One Hit. One Hit. Supergut. Was hat er denn für Loadout? Hat jemand jetzt für MK? Ja, ja. Ich hab unendlich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich hab 600 Schuss. Ich leg mal so 150 Schuss. Braucht jemand noch was? Ich hab alle Schüsse voll. Ich tu mein Spider-Man-Item weg. Auch AR-Moon. Auch AR-Moon. Ja. Ja. Wird gelegt. Ey guck mal. Sechs Gegner noch. Das wär ja schon geil irgendwo. Wollen wir aufs Jump-Head nahmen in die Zone? Hat jemand noch... Ich würd gern wissen, wo die sind, aber... Green Heal. Schon wieder kein Green Heal. Sniper oder Spider-Man? Was nehm ich mit? Spider-Man. Zum Disengage. Kein Green Heal? Ne, ne? Doch, 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 doch. Komm her. Wo bist du? Hier. Ach guck mal, perfekt. Schaff ich das noch? Ja, Zone. Jump-Head? Ja, hau durch, hau durch, hau durch. Ne, ich schaff's nicht. Doch, doch, doch. Wir müssen weg, wir müssen weg. Nimm dir das einfach Medi. Ich war erst bei 4 Sekunden. Ich hab mich ein bisschen verhaspelt. Hier sind die drinnen, die Gegner, ne? Unter uns, unter uns. Hier direkt auf meinen Ping. Hier ist noch ein Fleisch. Hier ist noch ein Fleisch. Nimm's mal. Nehm ich mir gleich. Ich schmeiß die hoch, komm. Stark. Schön defensiv, komm. Bei mir ist einer. Der ist da oben, ja. Fuck, der schwitzt, der schwitzt, der schwitzt. Ich schieß euch runter, pass auf. Ich hab nicht viel Metz. Runtergeschossen hab ich euch, oder? Hä? Ah, hier, noch einer. Jetzt hab ich euch runtergeschossen. Headshot erst One-Shot? Ja, hab ihn. Oh mein Gott. Junge, was ist denn los? Komm. Wie gut. Ist hier noch einer drin? Ne, ne, das waren sie. Lass den Loot auffressen. Hier ist ein Sprenkler. Ist das besser als ein Mini? Max, kannst du den nehmen mitnehmen? Ja, ich nehm Minis, ich nehm Minis. Ich hab einen Sprenkler. Ich nehm Minis, ihr habt den Sprenkler. Kannst du den mitnehmen, kannst du mitnehmen. Hat jemand das jetzt das Medi? Da oben ist einer. Drei gegen... Warte, ich guck, ich check ab. Ne, vier Teams! Vier Teams, sechs Spieler, hä? Wir sind das letzte Trio. Hat jemand noch Medi? Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Ich kann den Sprenkler positionieren. Ja, ich hab Medi, ich hab Medi. Nein, nein, nein. Sprenkler macht nur Blue. Hat jemand noch ein bisschen Kamp-Munition? Ja, logisch. Ich hab 100 Schuss. Wohin damit? Hier, noch Minischüsse, auch noch jemand? Ich hab 400 davon. Ja, AR-Moon, wenn ihr noch was habt. Oh, davon hab ich nur 200. Wir sind da oben. Hit. Ey, gehen wir das letzte Trio, was doch lieb, einfach alles kaputt sprayt. Einfach kaputt gemacht. Zwei Whites! Zwei Whites! Ja. Ja. Hat jemand ein Jump-Feld? Nein. Wir können noch Spider-Man, habt ihr? Noch ein Hit? Wollen ein bisschen näher ran, aber nicht komplett hoch. Komplett hoch, let's go! Kommt nicht hoch. Ich bin oben. Ach, die fett Finger hier rum, Junge. Hier ist noch ein... Da ist noch ein Gegner frisch gebaut, Achtung. Wo sind die? Da ist hier auf dem Stein. Der ist hier unter mir. Und... Oh! Kommt nicht weit! Kommt nicht weit! Hilfe, Hilfe! Ist das Sweat? Noch ein White! Das ist ein Sweater! Komm runter, 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 runter. Jawoll! Oh mein Gott! Junge, das wird der Sieg. Wie gut! Ja, nix, nix, jinx. Drei gegen eins, gegen eins. Das schaffen wir. Chill, chill! Kommt nicht weit! Kommt nicht weit! Einer noch! Ey, hier kämpft noch einer. Irgendwo. Rechts, oder? Da unten, nö. Der ist hinterm Berg da, pass auf. Ey, push! Schön defensiv. Ja, ich guck mal. Hab ihn! Ja. Sauber. Ja! Das ist es! Ja! Let's go! Halt's Maul, ey! Komplett aufgeräumt! Ey, was für eine geile Runde! Ey! Ja, nice! Damit bekommt ihr beide 50 Euro. Ich füge euch hinzu. Und schick euch, je nachdem, was ihr wollt. 50 Euro Amazon, 50 Euro Playstation oder 50 Euro Paysafe-Card oder so. Sehr geil! Ey! Mega Runde! Glückwunsch! Sehr, sehr nice! Und wollt ihr noch jemanden grüßen? Ich grüße Felix, ich grüße Lino, ich grüße Anton, ich grüße alle aus meiner Klasse. Gut. Ich grüße Bigspin, der nie gegrüßt wird, weil jeder ihn vergisst. Geil! Und ich grüße noch Elias und Pole. Okay, sauber. Ich grüße meine Brüder Berkhan und Kaida und noch Roman und Jakob. Ey, wir sollen sich alle gegrüßt fühlen. Sehr geile Runde, war nice für euch zu zocken. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schönen Abend noch. Danke. Tschö! Ciao! Ciao! Ich kann einfach Try-Mix!